Krampfkohligen entstehen häufig durch Stress. Stress haben Pferde in vielfältiger Art und Weise. Egal, ob sie permanent mit wechselnden Koppelpartnern konfrontiert sind, ob sie Leistungen erbringen müssen, für die sie noch nicht geeignet sind, ob sie sehr viel Ortswechsel haben, Stallwechsel haben, sich an verschiedene Bedingungen anpassen müssen. Stress bedeutet auch ganz einfach extreme Wetterwechsel, lange Stunden auf der Koppel, egal ob es zu heiß oder zu kalt ist. Stress in jeglicher Form kann Krämpfe im Bauch verursachen. Natürlich spielt auch der Wechsel von verschiedenen Futtermitteln eine Rolle. Wenn der zu schnell vonstatten geht, kann es zu Krämpfen im Bauchbereich kommen, kann es zu Koliken kommen. Schlechte Futterqualität kann immer Probleme verursachen, darauf muss äußerster Wert gelegt werden. Es kommt bei der Krampfkolik ein gewisser Kreislauf in Gang. Schmerz verursacht Stress, Stress verursacht Krämpfe. Dadurch verstärkt sich der Stress durch den Schmerz wieder und es eskaliert im Prinzip in eine Situation, die der Ursache gar nicht angemessen ist, aber das Pferdschedan hat äußerste Schmerzen, äußerste Verkrampfungen im Bauch. Meistens zieht es dann ein Kreislaufproblem nach sich, was das Ganze wiederum verschlechtert. Quellende Futtermittel können natürlich genauso Krämpfe auslösen, wie irgendwelche sperrigen Futtermittel. Dazu muss man auch immer bedenken, dass die Zähne in Ordnung sein müssen, dass das Futter gut gemahlen in den Pferdekörper kommt, dass sie richtig beißen können. Verstopfungskoliken kommen zustande durch quellende Futtermittel, die erst im Darm tatsächlich aufquellen, die viel Feuchtigkeit an sich binden, dadurch natürlich nicht weiter gut transportiert werden können. Sperrige Futtermittel, wichtig ist, dass die gut zerkleinert im Darm ankommen, dass auch die Zähne in Ordnung sind. Vor allem Wasserentzug, der ja normalerweise nicht willentlich passiert, sondern einfach eine Wasserleitung funktioniert nicht richtig, der Tränker funktioniert nicht richtig, das Becken ist verunreinigt. Jeden Tag kontrollieren ist ganz, ganz wichtig. Wasserentzug führt immer zu einer Austrocknung des Darminhaltes und zu einer schlechten Transportlage im Darm. Reine Strohfütterung, wie sie oft als Hinweis bei Hufrehe gegeben wird, führt auch nach zwei, drei Tagen zu einer Verstopfungskolik. Also das ist etwas, was man nicht machen sollte. Stroh ist einfach zu trocken, es bindet viel zu viel Flüssigkeit, es ist zu sperrig, es ist zu grob, damit allein mit Stroh gefüttert werden kann. Als Beifutter ja, aber allein Stroh geht nicht. Eine Dünndarmanschoppung ist eine Stauung flüssiger Futtermittel. Die werden nicht so schnell weitertransportiert, wie es notwendig wäre, um eine regelrechte Verdauung zu gewährleisten. Bei einer Kolik durch eine Dünndarmanschoppung haben wir als Ursache meist einen zu schnellen Futterwechsel. Es werden einfach andere Futtermittel verwendet und die von heute auf morgen ganz schnell gewechselt. Oder durch zu hastiges Fressen, wenn Pferde sehr hungrig sind, weil sie lange Zeit, lange Stunden nicht bekommen haben und zu schnell fressen. Ein Problem ist auch das Koppen. Es gibt viele Pferde, die auf irgendwelchen Gegenständen aufsetzen und Luft schlucken. Dadurch natürlich im Darm auch Störungen bekommen, weil die ganze Luft im Bauch sich sammelt. Spätschäden von Wurmbefall können hier die Auslöser sein. Da gibt es durch Blutungsstörungen in den Blutgefäßen, die den Darm versorgen. Dadurch funktioniert der nicht richtig, transportiert nicht richtig weiter, nimmt nicht richtig auf. Wichtig ist auch, dass kein zu frisches Heu verwendet wird. Heu darf nach der Heuernte erst nach 6 bis 10 Wochen verwendet werden. Es muss sogenannt durchgegoren sein, damit es verwendet werden kann. Wenn man das vor dieser Zeit nimmt, gibt es auch Gärungen im Bauchbereich, was dann zu Koliken führt. Bewegungsmangel an sich unterstützt die Darmperistaltik nicht. Wenn die Pferde nur in ihren Boxen stehen und nur auf sehr beengtem Raum gehalten sind, ist es zu wenig. Es können sich Gase bilden und können den Darm, gerade im Dünndarmbereich, auch sehr belasten. Wichtig ist, dass in so einem Fall Giftstoffe in die Blutbahn gelangen. Es entstehen hier einfach durch Feggerungen Giftstoffe, die über die Darmwand in den Kreislauf kommen und dadurch natürlich diverse andere Störungen nach sich ziehen. Mein Pferd bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com.